Willkommen zu Sonic Utopia, einer weiteren Demo der Sonic Amateur Games Expo 2016 Auch die letzte, die freigeschaltet wurde, die kam verspätet Aber jetzt können wir es auch mal spielen Ich hoffe, ich kann jetzt Controller spielen Es soll mit Controller funktionieren Stand so, ich hoffe es funktioniert, ansonsten rast ich aus Es geht Und ich bin innen weg, wow Wuhuuu Ich bin innen weg, wow Die Grafik Wow Ich gehe links lang So Und Hepp Da lang Und raus hier Oh Gott Das war jetzt krass Moment Vielleicht kurz nichts macht gut Aber ich konnte halt kurzzeitig nichts sehen Und ich muss ja irgendwie die Zeit schauen, dass ich da Wenn ich 20 Minuten hinausgehe Okay So und jetzt da rüber Jetzt 好ckniere ich da rüber Und hepp Darüber Nein Das war schlecht Which way you choose Left Okay, das soll der beste Weg sein, ne Das hab ich gerade nur so gesagt So, und jetzt Der gute Mr. Lange Der das ganze entwickelt hat, der ist den recht weg lang gegangen, ich gehe links lang deswegen So, nö, ich nehme nicht den Weg, den du mir vorgeben würdest, ich nehme den eigenen Weg Ja Erstmal ist Kevin Humming Attack zerstört Ich bin beeindruckt, so Festhalten Und Da Man, ich muss jetzt mit der Kamera ein bisschen klar kommen Oh god Dann, let's go Okay, nepp Und da lang, los geht's Schauen wir uns weiter, wow Wow Wunderter Regen haben wir schon, nice Gehen wir hier lang? Auf jeden Fall And let's go Geradeaus Wo bin ich denn gelandet? Nice Ich hab das Gefühl, unten ist er tot Aber Da bin ich mir jetzt nicht so sicher Muss nicht sein, dass er tot ist Aber Irgendwie da irgendwas passiert Versuche ich da eben auszuweichen So Ich bin da hoch Okay Wo soll ich lang? Dahin wahrscheinlich Nicht Ja, ich war nicht ganz so Falsch lang gegangen Ach Nur wohl lang Äh, da lang So ne schöne offene Landschaft Ich mein auch ne Soft Okay Okay, jetzt da lang Dann schauen wir uns mal hier rum Oh Nice Was ist das I want up there Komm, schaff ich das hier Ich würde sagen da rüber, aber ganz vorsichtig Jetzt da da So, voilà Wollen wir darüber sprinten? Feuer Wow Unsere ganzen Ringe Naja Was haben wir denn hier? Einen Ring Ja Container, komm Also, Utopia macht mir Spaß Viel Spaß Boah So Da da Wir gehen mal vorbeiziehen Thanks for playing Oh mein Gott Das war eine geile Demo Ganz ehrlich, hat Spaß gemacht Auf jeden Fall Ich habe es euch natürlich auch gefallen Sonic Utopia zu sehen Eure Meinung dazu in die Kommentare Und wir sind natürlich dann in der nächsten Sonic Amateur Games Expo Demo wieder Also ja, ich habe noch ein paar Spiele auf Lager Also bis dahin Und ja Emeralds Kontroll Because would the To Well To 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 To